Hi! Hi! Wir sind jetzt hier Observation Deck in Q1 Gold Coast und wir haben 32 Dollar bezahlt für diese und Buffet-Breakfast Guck mal die ganzen Villen da von den Reichen Gold Coast ist riesig Es ist einfach eine wunderschöne Wunderschöne Ball Woüber aus die Wasser sind Das ist ein Kanal Das ist nicht natürlich Das sind alles Kanäle extra gebaut für die Reichen und Schönen Ist das sagbar? Ich bin so fasziniert Oh Das Wasser ausspricht Wasser ist auf drin Wir fahren dann die Richtung nach Byron Bay Ich glaube Nein Byron weiß gar nichts da hinten Das ist Kolangata Falls man das sehen kann auf der GoPro Auf dem cheie die 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 Das war's für heute.